Da IIIF noch eine relativ junge Entwicklung ist, gibt es leider noch keine Suchmaschine, die weltweit alle an IIIF beteiligten Kultureinrichtungen und ihre Digitalisate erfasst. Unter dem Video verlinkt finden Sie Plattformen, die die Suche nach IIIF-Digitalisaten erlauben. Wir stellen in unserem Beispiel das Projekt Biblissima vor. Biblissima ist eine IIIF-Suchmaschine, die ca. 78.000 Digitalisate von Kultureinrichtungen zusammenführt und durchsuchbar macht. Der Fokus von Biblissima liegt auf Manuskripten und Drucken, die zwischen dem 8. und 18. Jahrhundert entstanden sind. Jede an Biblissima-Projekt beteiligte Kultureinrichtung verfügt über eine eigene, sogenannte IIIF-Collection. Um für mich relevante Digitalisate zu finden, öffne ich zunächst über das Menü die Seite IIIF-Collections. Ich kann nun in den Collections einzelner Kultureinrichtungen browsen oder über den Suchschlitz einen oder mehrere Begriffe eingeben. Die Ergebnisliste kann ich nach Collection, Bibliothek, Sprache, Ort und Zeit filtern. Um meine eigene Collection zu erstellen, füge ich die für mich relevanten Digitalisate durch Klick auf den Einkaufswagen meiner Einkaufsliste hinzu. Klicke ich nun auf die Einkaufsliste, kann ich über die Funktion Create a IIIF-Collection meine eigene Sammlung erstellen. Mit einem weiteren Klick auf View in Mirador öffnet sich der Biblissima-Viewer mit den von mir ausgewählten Objekten. Um eine Direktansicht der Objekte zu bekommen, klicke ich auf Layout ändern und wähle die von mir gewünschte Anordnung aus. Mit Objekt hinzufügen lade ich die gewünschten Ressourcen oder auch einzelne Seiten in die Ansicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017